Du willst für dich und deine Freunde 400 Euro für ein Projekt in eurem Sportverein bekommen? Dann gründe mit deinen Freunden zusammen ein J-Team. Haben wir dich jetzt neugierig gemacht? Kein Wunder, denn für das beste Projekt gibt es sogar noch mal 500 Euro obendrauf. Das einzige, was ihr braucht, sind vier Jugendliche aus eurem Verein mit einem besten Antragspartner. Verwerkte etwas in eurem Verein und entwickelte coole Projekte. Ich bin in einem J-Team und habe ein 2 gegen 2 Turnier mit meinen Freunden im Verein organisiert. Ich bin in einem J-Team und habe ein Freundstag in meinem Verein und darf mir organisieren. Ich bin in einem J-Team, weil ich für unsere Jugend unbedingt ein Tischtennis-Event organisieren wollte. Und btw, nachdem ihr euer erstes Projekt abgeschlossen habt, bekommt ihr für jedes weitere Projekt bis zu 1000 Euro zur Verfügung gestellt. Also, worauf wartet ihr noch? Findet euch im Team zusammen und gründet ein eigenes J-Team. Deine Kamera Wirwarten 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 Wirwarten